Hey! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das geht gar nicht, das geht gar nicht, oh mein Gott. Krone auf dem Kopf, ja ihr chattet um die Welt, tragt gerne mal nen Rock, verfeuert Steuern, residiert nicht nur in einem Schloss, beim Bierchen chillen, Quatsch enthüllen, braucht nen Riesentross, na dann, Prost. Imperialismus, Unterdrückung, viele hundert Jahre, von Aber, Richie, Nies, Maori, bis zu Rastafari, mit Menschenrechten nahmt ihr es ein bisschen Larifari, macht munter Walter eure Party. Sie machen Fotos, ihr macht Fratzen und der Charts grenzt sich ein Rhein, der William und sein Bruder, die können sich nicht mehr so gut leihen, ihr seid hoffnungslos, verstaubt ein aufgeblasener Verein. Die Luft ist bei euch raus, müssen Royals wirklich sein, kitschige Kutsche ist so geil, Und bei ner Rutsche geht die steil, was ist mit Harry los? Alle Expertinnen labern im Fernsehen und auch im Radio, die allermeisten Menschen interessiert das doch gar nicht so. Ist Harry ein Held oder ein Heuchler? Harry ist ein Heuchler. Sie machen Fotos von den Bratzen, der Monarch-Tanz-Fringel-Rein, tierisch am Posieren, doch seine Macht ist winzig klein. Vater, Mutter, King, denn gewählt wird er von keinem. Spielkürvolles Rohr, müssen Royals wirklich sein. Machen wir uns nichts vor, Extra 3 auf YouTube ist einfach zu erfolgreich. Das ist unsympathisch. Man ist ja immer für den Underdog. Deshalb zieht sich Extra 3 mit der ganzen Sendung von YouTube zurück in die ARD-Mediathek, um Satire wieder unerkannt aus dem Untergrund zu praktizieren. Hier geht's lang.